Wiedersehen macht Freude, oder auch nicht. Der neueste Trailer vom Sommerhaus der Stars, Wiedersehen zeigt vor allem eins, Drama. Die Enttäuschung der Fans war groß, als RTL seinen Fans am Dienstag kurzfristig auf Instagram mitteilte, dass das Sommerhaus der Stars, Wiedersehen um eine Woche verschoben wird. Die Folge startet somit erst am Dienstag, dem 26. November 2024, um 20.15 Uhr bei RTL. Um den Fans einen ersten Vorgeschmack zu geben, veröffentlichte Gewinner Sam Dillon schon jetzt einen exklusiven Trailer auf seinem Instagram-Profil. Es kracht gewaltig zwischen den Teilnehmern, innen. Gleich zu Beginn des Trailers weist Sam seinen Partner Rafi streng zurecht. Jetzt aber ruhig, wenn ich rede. Doch das ist nur der Anfang. Alessia hinterfragt plötzlich ihre Beziehung und meint, wir können diese Beziehung nicht so weiterführen. Was genau dahinter steckt, bleibt unklar. Kurz darauf zeigt eine Szene, wie Tessa sich verzweifelt ans Herz fasst und unter Tränen das Studio verlässt. Die Gründe für ihre emotionale Reaktion? Ein Rätsel. Eines steht jedoch fest. Es wird explosiv und voller Überraschungen. Sam Dillon stellt klar. Es war höllisch, dass dieses Wiedersehen alle bisherigen Staffeln übertrifft, bestätigte Sam Dillon schon vor einigen Tagen in seinem Podcast, Royal Spice. Es war höllisch, genauso, wie es aufgehört hat, geht es auch weiter, erklärt er und fügt hinzu, Leute sind da auch aufeinander zugesprungen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ganze drei Stunden dauerten die Aufzeichnungen, und es ging wohl ordentlich zur Sache. Man konnte gar nicht normal reden, so Sam weiter. Am Ende sollen etwa 190 Minuten Material übrig geblieben sein, von denen wohl nur die Hälfte in der finalen Sendung zu sehen sein wird. Moderatorin Frauke Ludowig genervt wie nie. Selbst die erfahrene Frauke Ludowig geriet bei diesem Wiedersehen an ihre Grenzen. Frauke war richtig genervt, berichtet Sam. Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie. Während sie normalerweise nach den Dreharbeiten Fotos mit den TeilnehmerInnen macht, lief diesmal alles anders. Nach der Aufnahme war sie einfach weg. Sie ist wortlos rausgegangen, beschreibt Sam die Situation. Warum sogar Frauke Ludowig die Nerven verlor und welche Diskussionen uns beim großen Wiedersehen erwarten, erfahren wir am kommenden Dienstag bei RTL. Vielen Dank.